Welcome to the next video here on the channel und zur Pilot-Folge eines neuen Karrieremodus hier auf dem Kanal. Es geht wieder los, es ist der vierte, der gleichzeitig laufen wird, allerdings ist es auch einer, der ein bisschen sich voneinander unterscheidet und abhebt und das ist die Besonderheit an dieser neuen Serie hier auf dem Kanal. Ihr seht es im Titel, sie heißt nicht normal FIFA 16 Karrieremodus, nein, sie heißt Zero to Hero und was genau ich damit meine, werde ich euch im Laufe dieses Videos erklären. Und zunächst einmal ist es eine Pilot-Episode, wenn es euch nicht gefällt, dann lasst keinen Daumen nach oben da, wenn ihr aber Bock drauf habt auf diese Serie und das gerne von mir sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich darüber freuen. 1000 Likes wären richtig, richtig geil, schreibt mir gerne eure Meinung auch in die Kommentare, wenn ihr da ein bisschen was Fundierteres zu habt, würde mich auf jeden Fall darüber freuen und ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, was Zero to Hero sein wird. Es wird eine Trainerkarriere und die starten wir mit einem etwas kleineren Fall, einer kleineren Liga, werden uns dann hocharbeiten in die europäischen Top-Ligen und das Ganze per Simulation. Wir werden wahrscheinlich nicht länger als eine Saison jeweils bei einem Verein bleiben, werden da in der Saison versuchen Meister zu werden, das ist jedes Mal das Ziel, werden auf Legende simulieren und naja, werden versuchen Transfers zu tätigen und so weiter und so fort und uns als Trainer weiterzuentwickeln, bis wir irgendwann bei Top-Vereinen in unserem Vertrag stehen und im Idealfall ein paar Ligen beziehungsweise ein paar Titel gewonnen haben. Das ist das Ziel, was ich ganz gerne erreichen möchte. Natürlich gibt es da bei uns eure Unterstützung, das wird ein bisschen schwierig, weil ich natürlich immer sehr, sehr viel auf einmal aufnehmen werde, aber natürlich könnt ihr mir trotzdem Vorschläge in die Kommentare schreiben, das ist ganz logisch. Ich denke mal, das könnte ein sehr cooles Projekt werden, das ist halt das vierte, was ich im Karrieremodus habe, aber ich habe auch gesagt, ich möchte mehr Karrieremodus bringen und weniger normales Ultimate Team und dementsprechend passt das eigentlich ganz gut. Dieses Projekt wird unabhängig von dem normalen Karrieremodus kommen. Es kommt ja momentan immer Hannover, Newcastle, Hannover, Bielefeld, Hannover, Newcastle, Hannover, Bielefeld, also Hannover alle zwei Tage und sonst immer alle drei Tage quasi der andere Karrieremodus beziehungsweise Newcastle, beziehungsweise Bielefeld alle drei Tage und dieser hier wird unabhängig davon kommen. Zwar mal zusätzlich ab und zu, ab und zu einfach mal so, immer ganz unterschiedlich, auch je nachdem, wie ihr es feiert und ob ihr es feiert, denn das ist wichtig, weil wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock da drauf, wir wollen das gar nicht sehen, dann lasst ihr das natürlich auch so sein. Das Ganze wird geschnitten und live sein, ihr seht schon mit Facecam und so weiter und so fort und das Wichtige ist halt, dass ich immer mal wieder cutten werde, das heißt, ich werde nebenbei hier ein bisschen rumdödeln und so, aber halt immer mal wieder reinkatten, wenn was Wichtiges passiert und für den Start heute müssen wir natürlich erstmal ein bisschen ungeschnitten bleiben, denn wir wollen eine Trainerkarriere starten und zwar mit, nicht mit Manuel Pellegrini, sondern mit 60% Erhöhung und einem globalen Netzwerk-Scout für die erste Saison und wir starten jetzt schon in den USA und zwar bei meinem Lieblingsklub aus den USA und das sind die New England, nicht Patriots, sondern Revolutions, beziehungsweise New England Revolution heißt der Verein. Wir haben ein paar coole Spieler, wie beispielsweise den Kollegen Tierney, González, Ferrell, eigentlich ziemlich gute Defensivreihe, Kobayashi ist auch nicht schlecht, aber die Besten sind eigentlich Fagundes und Gwynn und Agudelo, die wir da gerade vorne schon sehen, Agudelo war ja auch bei 96 im Gespräch, 3,2 Millionen Transferbudget, 219.000 wöchentliche Gehälter und das in der MLS, damit starten wir durch und spielen anscheinend im Estadio de las Artes, können wir auf jeden Fall machen, sieht ganz cool aus, strenger bei Finanzen machen wir auf milde, weil wir immer noch eine Saison da sind, Halbzellänge ist egal, Spielschwierigkeit, Legende, gehen weiter, laden Aktualisierung herunter, aktuelle Kader wurde heruntergeladen und dann machen wir wie immer, ganz normal, nicht Mark Asselborn, sondern Max MGT und stellen auch Deutschland ein und dann gehen wir auch mit Hemd und Schlipsmarine, blau, hell und regulär weiter. New England beruft MGT als neuen Chef, läuft doch. So, weiter zur Einladung, Saisonvorbereitung, wir haben eine Turniereinladung bekommen und wo dürfen wir spielen, in den USA, in Mexiko oder in den USA und wir spielen gegen die Fische, gegen One-Pound-Fisch, gegen Zwaybeck in Mexiko. Es heißt hier nicht European International Cup, Überraschung, sondern North American All-Stars-Trophy. Interessant. Pokalziel, Viertelfinale, okay. Stürmer ausschalten, okay, als das Goldbrich-Liga-Ziel, Viertelfinale. Ist ja Playoff-System hier in den USA, ist ja normal, in den USA haben wir ja immer Playoffs. Salazar, schauen wir mal, was wir da kriegen können. Connor Casey ist übrigens ein ehemaliger 96er. Ich habe mal einen Überblick vom Kader gemacht und ganz ehrlich, es sieht gar nicht so schlecht aus. Wir sind im Sturm mit Agudelo und Davy ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Den Kollegen können wir eigentlich sogar verscherbeln, auf die Transferliste setzen. Newman im Zentral-Offensiv-Mittelfeld ist der Satz gar nicht so schlecht und Gwyn ist richtig stark. Donny Smith, naja, geht so. Den Kollegen hier können wir auf jeden Fall verleihen. Ja, Fagundes auf der linken Seite ist richtig stark eigentlich. Okay, es ist 19 Jahre alt, mit 67 geht das. Kobayashi im Zentral-Defensiv-Mittelfeld ist auch ordentlich. Dann haben wir hier Rowe, der gar nicht so schlecht aussieht. Der könnte sich mit Bunry auf rechts abwechseln, beziehungsweise Bunry spielen. Und Rowe, kann der noch irgendwas? Linkes Mittelfeld, kann er noch? Fagundes noch irgendwas? Nee, kann er nicht, aber das wird sich schon irgendwie einpendeln mit denen. Dann Kofi auf A6 noch, zusammen mit Kobayashi ist das gar nicht so schlecht. Caldwell haben wir da auch noch. Auf A6 können wir vielleicht noch einen nachholen, wenn wir mit 4-2-3-1 spielen sollten. Wenn wir mit 4-1-2 spielen sollten, brauchen wir da keinen, aber noch einen Stürmer. Tierney auf links ist in Ordnung. Innenverteidigung sieht gar nicht so schlecht mit Goncalves und Andrew Farrell. Aber da brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen, weil Zambinia als alleiniger Ersatzmann da nicht reicht. Dann Darius Barnes auf rechts, als Ersatz ist der in Ordnung. Woodbury ist auch okay. McCrary können wir komplett auf Transferlisten setzen, weil den brauchen wir nicht. Aber Woodbury ist in Ordnung. Aber Außenverteidigung sollten wir nochmal nachbessern, weil 65 als Starter ist ein bisschen kacke. Und im Tor sind wir gut aufgestellt mit Shuttleworth und Knighton. Das passt auf jeden Fall. So Freunde, Scouting-Aufträge habe ich fertig. Zentrales Mittelfeld haben wir einmal Stammspielerqualität und Allrounder. Allerdings 16 bis 22 zur Leier halt. Und dann 0 bis 5 Jahre und dann 0 bis 1 Jahr damit vergünstige welche bekommen können. Von 19 bis 30. Innenverteidigung genau das gleiche. Auch wieder mit der Leihmöglichkeit. Ruhiger. Mit der Leihmöglichkeit und mit der normalen Möglichkeit. Ist klar. Also das sind übrigens Außenverteidiger, obwohl sie hintenverteidiger ist. Und zentrale Innenverteidiger. Genau das gleiche nochmal. Mit Stammspielerqualität und groß einmal per Leier einmal normal. Irgendetwas werden wir da hoffentlich finden. So, Training sieht gar nicht so schlecht. Das Agudelo Vergrund ist für Real. Sind alle vielversprechend. Nun, Win steht relativ nah am nächsten Rating. Und Zambin ja ebenfalls. Ist in Ordnung. Simulieren wir mal, wie es so gewohnt ist. Mal sehen, was da so rumkommen wird. Und DDBCB ist in Ordnung für den Anfang. Ich habe es nicht hingeguckt, wo ich meine Scouts überhaupt hinschicke. Aber einer ist in Polen. Kannst du theoretisch trotzdem einfach mal machen. Theoretisch kann da ja was Gutes bei rumkommen. Da scouten wir einfach mal. Aber jetzt gucken wir mal nach, wo die Scouts so sind. Weil Polen, naja. Geht auf jeden Fall noch ein Stückchen besser. Wir haben noch zwei Scouts zur Verfügung. Schweiz ist in Ordnung. USA. Wobei Schweiz. Kannst du eigentlich zumindest mal zu Deutschland ändern. England ist auch in Ordnung. Und dann kannst du noch. Weiß ich nicht. Was kannst du dann noch nehmen? Italien vielleicht. Ja, wobei Italien. Hat nicht so die Tiefen liegen, ne. Kolumbien, Argentinien. Spanien, Türkei. Norwegen vielleicht. Weil er aus Norwegen kommt. Warum nicht? So, Freunde. Erste Spiel. Ich habe direkt mal die Stammelf. Beziehungsweise die Super-Helf in meinen Augen aufgestellt. Mit Shuttleworth, Goncalves, Pharrell, Tierney, Woodbury, Caldwell, Kofi, Fagundes, Nguyen, Rowe und Agudelo. Mal schauen, wie wir das machen können. Ich mag das Logo übrigens total gerne von New England. Das der Patriots ist schon geil. Aber das von Revolution ist auch schon echt cool. Spielen gegen Chiapas, Jaguar. Mal sehen, wie das laufen wird. Fünferkette spielen die. Und 10 Minuten, noch nichts passiert. 1-0 Fagundes, sehr schön. 13. Minute, gelbe Karte auf Seiten von Chiapas. Ein 2-0, damit wir früh die Sicherheit bekommen. Wäre schön. Kofi kriegt gelb. Nicht so wild eigentlich. Ist in Ordnung. Paredes für Rodriguez. Mal sehen, was unser Co-Trainer so macht, was Wechsel angeht. Kobayashi für Go-Bei. Das habe ich mir fast schon gedacht. Das ist aber in Ordnung. Jetzt nur nicht den Ausgleich kassieren. Hier wird wieder ein bisschen gewechselt. 2-0 Davies. Das heißt, das Ding dürfte durch sein. Oder eingewechselt für Agudelo. Sehr, sehr schön. Damit haben wir das erste Spiel in diesem Turnier direkt mal gewonnen. Ich habe hier einen nicht uninteressanten Spieler gefunden. Higaji, 1,95 groß. In Ordnung Werte. Eigentlich als Ersatzspieler vielleicht gar nicht so schlecht. Will aber 10.000 Gehalt. Sagen wir mal 6.000. Rotationsspieler. Mal sehen, ob er das annimmt. So, 2. Spiel. Und wie ihr seht, rotieren wir ein bisschen. Knighton kommt ins Tor. Sabinia Innenverteidigung. Rechts Thiel Bunbury. Und vorne Charlie Davis. Mal sehen, wie das laufen wird. Anto Vergaster hat das erste Spiel gewonnen. Das 2. Spiel werden sie jetzt im Idealfall nicht gewinnen. Denn das werden sie jetzt gegen uns verlieren. Wenn alles nach Plan läuft. Ich weiß gar nicht, wo Anto Vergaster herkommt. Ich glaube, Argentinien. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir haben gegen Veracruz gewonnen. Das sind die mit dem coolen Hai-Logo. Mal sehen, wie das laufen wird. 6. Minute. Oh, 1.0. 9. Minute. Davies. Davies, der trifft auch im zweiten Spiel enteinander. Sehr schön. Normalerweise wäre Agudelo meine erste Wahl gewesen. Aber wenn Davies jetzt so trifft. Natürlich macht er dann unserem jungen Star da Konkurrenz. Selber noch nicht so, als ob Kobayashi kommt wieder rein. Nun, Gwynn macht das 2.0. Können uns zurücklehnen. Kobayashi verletzt sich. Ah, nicht cool. Aber gut. Wir suchen sowieso auf der Position Spieler. Rotfel González. Der ist zum Glück nicht bei uns, sondern bei Anto Vergaster. Zweites Spiel. Ebenfalls 2.0 gewonnen. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, was hat er? 5 Wochen. Scheiße. Mittelfußfraktur. Aktuell ist er aus Polen. So, wir trainieren mal wieder. Ja, das sieht ordentlich aus. Pharrell steigt gleich mal in der Manndeckung. Kurz vor dem nächsten Rating. Läuft doch. Wahrscheinlich Gegengang oder halten, oder? Dann halt nicht. So, hier rotieren wir wieder ein bisschen. Sambinia lassen wir drin. Barnes kommt rein. Rowe kommt rein. Und Newman kommt rein. Und Smith auch. Das heißt, wir haben vier Wechsel im Vergleich zur letzten Partie. Mal sehen, wie das laufen wird. Jetzt gegen den letzten Teilnehmer. Gegen Werder Cruz. Gegen, ja, die ersten beiden haben wir ja 2.0 gewonnen. Dann wird das jetzt bestimmt auch funktionieren. Vor allem wieder zu Hause. Die haben beide Spiel bisher verloren. Gegen Chiapas und gegen Antofagasta. Kriegen nach einer Minute schon eine gelbe Karte. Das ist immer ein gutes Zeichen für uns auf jeden Fall. So, Dorados liegen zu hinten gegen die Juan. Aber wir machen noch nicht das 1.0. Kein frühes Tor bisher. Gelb für Goncalves. Ah, geht noch nicht viel. Adudelo kommt für Davies. Und Roma hat das 1.0. Positiver Effekt. Dieser Wechsel. Vielleicht bleiben wir ja ohne Gegentor in der Gruppenphase. Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen. Oder doch. Ja, doch. Wir gewinnen auch das dritte Spiel. 1.0. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben insgesamt 5.0 Tore. Und dürften locker durchmarschiert sein. Jetzt spielen wir gegen die Fische. Gegen den One-Pound-Fisch. Gegen die Dorados. Kommen wir 50.000 zusätzliches Transferbudget. Was sehr, sehr schön ist. Und haben hier neue Spieler. So, wieder ein bisschen rotiert. Shuttleworth im Gasten. Pharrell, Goncalves, Tierney, Woodbury, Caldwell, Kofi, Fagundes, Nguyen, Rowe und Davies. Mal sehen, wie das laufen wird. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir überhaupt Transferperiode haben. Ehrlich gesagt. Weil das hat mich gerade schon ein bisschen verwirrt. Ich konnte die Spieler gar nicht kaufen. Hatte gerade einen Scout-Abschlussbericht zu... Ne, haben wir gar nicht. Wir sind auch im Februar. Das ist ja total bescheuert. Wo haben wir denn im Februar gestartet? Wo haben wir denn im Januar? Das bringt uns dann ja richtig viel. Dann können wir überhaupt gerne Transfers machen. Erst im Juli. Bringt es natürlich richtig, jetzt was zu suchen. Obgesehen von freien Spielern. So, auf geht's ins letzte Spiel. Beziehungsweise vorletzte Spiele mit die Alfa gegen Dorados. Die haben wir so einen Niger. Ja, ich weiß ja nicht. Gelbe Karte für La Serda. Morello verschießt den Elfmeter. Sehr, sehr schön. Das kriegt Shuttleworth wieder ein bisschen. Jawohl, der kriegt richtig Moral. Denn Corrado macht das 1-2-1. Jawohl, das geht ja hier ab wie Schmitz-Katze. Rowan Kober sind erfolgreich für unsere Mannschaft. Kofi kriegt auch gelb. Können wir das über die Zeit bringen. 80. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Jawohl, wir stehen im Finale. Sehr schön. Ciapa ist unser nächster Gegner. Hier haben wir im ersten Spiel 2-0 gewonnen. Das heißt, sieht nicht schlecht aus. Zwar das erste Gegentor kassiert, aber darf den Elfmeter gehalten. Läuft dementsprechend ganz gut. Turnierpreisgeld 500.000. Sehr schön. So, Pressekonferenz machen wir direkt mal. Anscheinend müssen wir über die Jugendarbeit kommen jetzt erstmal in der Saison. Oder freie Spiele halt gucken. Wir trainieren erstmal aus Trotz unserer Mannschaft und schauen, was sich da so tut. Sehr schön. Drei Upgrades. Und zwar Pharrell, der steigt und gleich wieder richtig nach vorne gehen dürfte. Jawohl. Sabinia auch richtig stark. Und Agudelo geht auch auf 69 hoch, was sehr schön ist. Ich habe gerade einfach nur an der Flagge gesehen, dass der anscheinend aus Guinea-Bissau kommt. Ja, tatsächlich. Dass ich die Flagge erkannt habe, ist schon ein Witz eigentlich. Immer klingelt mein Handy, wenn es gerade nicht nötig ist. Ja, wen lassen wir sonst noch spielen? Ansonsten wollen wir eigentlich nichts ändern. Sieht ganz stark aus. Mal sehen, wie es gegen Ciapas laufen wird im Finale. Jetzt sind wir schon mal so weit gekommen, wie ich halt gerne haben wollte. Wir haben uns relativ gut präsentiert. Mal sehen, was jetzt noch so geht im Finale. Spielen zu Hause ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. Aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Drei Minuten rum, nichts passiert. Gelbe Karte. 1-0 Vergunnet. Sehr, sehr schön. Sie sind wieder frühen Führung durch unseren uruguayischen Flügelspieler. Die Stürmer. Okay, Davies ist mittlerweile nicht mehr so stark. Ein Win macht das 2-0. Also die Zehner und offensiv Mittelfeldspieler. Die sind hier richtig stark. Ciapas wechselt. Agudelo für Guineau. 1-2. Kommt nochmal ran durch Romero. Jetzt das Ergebnis bitte halten. Davies verschießt den Elfmeter. Macht aber noch das 3-1. Und damit hat er auch noch ein Stürmer getroffen. Und wir haben das Turnier gewonnen. Zwei Gegentore. Selber haben wir wie viel geschossen? Zwei, fünf, zehn Tore. Kann man auf jeden Fall so machen. Läuft. Ein bisschen kratzige Stimme gerade. So, Turnierpreisgeld. 600.000. Schön. Connor Casey. Abschlussbericht ist da. 65er Rating. Hat viel Stärke. Hat ein extrem geiles Tor geschossen. Vor ein paar Jahren. Sam Binja bedankt sich. Müsst ihr euch mal angucken. Casey gegen wen war denn das? War das überhaupt Casey? Ich glaube ja. Hatte doch noch für Wildcats gespielt. Hatte auf jeden Fall gegen den ehemaligen Bundesliga-Keeper geschossen. War das Keller, der mal in der Bundesliga war? Ich meine ja. Guinea hat es glaube ich geschossen. Das war richtig geil. So, Freunde. Ich habe ein paar Spiele auf die Scout-Liste gesetzt, die ganz interessant aussahen. Alles freie Spieler, weil das sind die einzigen, die wir holen können logischerweise. Innenverteidiger Clayton Daniels. Südafrikaner. Ich, Entschuldigung. Clayton Daniels ist Südafrikaner. Sieht ganz gut aus. Beziak ist, ja, Slowake. Slowene? Slowake? Irgendwie sowas. Sieht auch nicht schlecht aus. Bejarano. Mal sehen. Slatinski haben wir dann hier. Alexandrov, Jakov, Galindo, Ballon, Kwan, Raitala, Jeffren. Der war mal richtig geil früher. Weiß ich noch. FIFA 14? Bei Sporting? Oder 15? Junmin haben wir hier noch. Zarmadzic. Zhenglong. Der mystische Drache aus Dragon Ball. Mikhailov. Eine Legende. Chimopoulos. Eine persönliche Legende. Ich sage nur Bielefeld-Karrieremodus. Oh ja, noch Gabor Kiray, der Hosen hält. Ja, mal schauen. Vielleicht können wir den ein oder anderen gebrauchen. Mal sehen, was die Scout-Berichte am Ende so sagen werden. Genug Geld haben wir an sich. Spieler des Turniers übrigens, Dean Winn. Sehr, sehr geil an sich. Finde ich gut. Training läuft wieder ordentlich. Vergun des. Ja, okay, dreimal D. Läuft eigentlich nicht so gut, aber passt. Ich habe ja gesagt, wir brauchen noch einen Außenverteidiger. Ich habe da noch mal einen gefunden. Denen ich finde ich unrealistisch halte. Vielleicht ein bisschen zu schlecht für die Liga. Nicht so erfahren, aber an sich. Also die beiden sind extrem geil aus Powell und Abrois Oyongo. Für die Außenverteidigerposition beide schnell. Relativ stark physisch gesehen. Gut, hier die Attribute sind bei Oyongo noch ein bisschen besser, aber defensives Powell besser. Geht beides. Hey, wieder mal ein bisschen Upgrade bei Pharrell mit dem A, ansonsten nur Ds. Aber Sam Binia ist schon wieder gestiegen. Ist der geglitscht? Aber der ist gar nicht vielversprechend, aber läuft trotzdem bei ihm. Einen Tag vor dem ersten Spiel gegen die Seattle Sounders haben wir noch ein paar Berichte fertig. Und zwar zu Uyala, der aber nicht so geil aussieht. Grätsche 53 als Innenverteidiger ist schon scheiße. Dann sagen wir hier, der ist noch nicht fertig. Gabor Kira ist fertig, 69er Rating. Könnte man einfach mal aus Prinzip verpflichten. Zumindest mal fragen. 10.000, geben wir mal 6.000. Sagen wir hier, Rotationsspieler. Okay, wichtiger Stammspieler. Kira ist eine Legende. Der Mann mit den Hosen. Warum eigentlich nicht? Shimopoulos, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Michael auf Oden auf 65, da brauchen wir Gold. Naja, Zheng Long, 66. Naja, zu langsam. Schon Mi. Schon eher. Auch nicht so geil. Notlösung. Jeffren, den würde ich ehrlich gesagt gerne holen. Er will auch viel Kohle wahrscheinlich haben. Naja. Egal, versuchen kann man es trotzdem. 68er Rating ist nicht so schlecht. Weiterheben könnte er. Raitala, ja, 65er Außenverteidiger. Außenverteidiger brauchen wir. Quan ist scheiße. Ballon wäre gut. Galindo, hm. Ja, der könnte Potenzial haben ein bisschen. Aber sieht auch nicht so stark aus. Ja, wobei geht. Ihn, glaube ich, frage ich auch mal an. Einfach, weil der relativ stark aussieht von den Werten her. Rotationsspieler, 67. Ist sogar besser als Kobayashi, wenn ich mich recht erinnere. Alexandrov, 67. Ja, sieht nicht schlecht aus, ne. Jakov aber auch nicht. Wie viel Rating hat der? 68 auch. Slotinsky. Gute lange Pässe. Ist aber auch 30, hat 68. 60, ja. Warte mal bei Ballon. Das war 67, aber der ist 26. Daniels hat 69. Den werden wir auf jeden Fall anfragen. Der möchte ganz gern 15.000. Aber der wäre auf jeden Fall eine gute Ergänzung in der Innenverteidigung. So, Bejiak im Sturm. Sieht auch nicht schlecht aus. Probieren kann man es bei allen mal, ne. So ist es nicht. Man sollte da nicht zu viel Gehalt investieren. Aber ein paar würde ich doch schon ganz gerne haben. Beispielsweise den Kollegen, ähm. Guck mal, der sieht auch stark aus an sich, ne. Ist halt langsam. Den Kollegen Jeffren zum Beispiel. Ob wir den bekommen? Schauen wir mal. Erstes Spiel der Saison gegen die Sounders. Ein ganz, ganz schwerer. Geht da vielleicht das beste Team in der ganzen MLS. 4-3-3 spielen sie. Mal sehen, wie wir uns gegen die schlagen können. Wen haben sie so dabei? Wahrscheinlich Dempsey vorne drin. Ivan Schitz, Valdez, Freiburg. Verfahren und direkt das 1-0 durch Freiburg oder Freiberg oder wie auch immer. Ja, die sind schon stark, ne. Marshall verletzt sich. Vielleicht unsere Chance. Woodbury kriegt gelb. Davies macht das 1-1. Sehr, sehr schön. Vergun des verletzt sich. Aber Davies direkt nach der Halbzeit mit dem 2-1. Unser Stürmer ist richtig on fire. Ivan Schitz, der Ex-Mainzer, macht das 2-2. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Lucky Punch. Jetzt bloß nicht mehr kassieren. Barnes und Jalvis kriegt gelb. Okay, wir spielen im ersten Spiel 2-2. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Allerdings hätte ich einen Sieg lieber mitgenommen. Und natürlich eine Verletzung ist auch sehr, sehr doof. Sechs Wochen für unseren Flügelflitzer. Sehr scheiße. Zum Glück haben wir da den Ersatz mit Smith bzw. Rowe bzw. Bunbury ganz gut am Start. Kobayashi ist zum Glück bald wieder fit. Ist natürlich trotzdem bitter auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen. Das machen wir mal so. Und Bunbury stellen wir auf den rechten Flügel. Ja, bitter ist es in jedem Fall. Obwohl, warte mal ganz kurz. Ich will wissen, ob Fagundes, äh, Fagundes, äh, ob Agudelo nicht sogar außen spielen kann. Ich meine, der könnte außen spielen. Ja, linkes Mittelfeld. Perfekt. Na, für den seine neue Position hat er gefunden. Training, Training, Training. Und das läuft ganz gut. Schon wieder steigt Sabinia. Das sieht echt, der ist doch hundertprozentig geglitscht. Farrell ist auch kurz vor dem nächsten Rating. Agudelo sieht auch nicht schlecht aus. Das geht doch bisher. Sorge um Fagundes. Alle drei Gegenangebote erhalten. Bezjak ist mir nicht so wichtig. Ballon wäre mir schon recht wichtig. So, zwölf, äh, 15.000. Mal sehen. Und Kirai, ja, dann nicht. So, jetzt wird es bitter. Er hat angeblich auch ein Gegenangebot erhalten, was natürlich nicht stimmt. Aber wir werden trotzdem mal versuchen, den zu bekommen mit 15.000. Müssen das Guide-Video mal ein bisschen anpassen. Und Daniels hat angeblich auch ein Angebot bekommen, Gegenangebot. Auch bei dem, äh, bei dem können wir mal auf 15.000 gehen. Der ist zwar schon alt, aber der ist auf jeden Fall mit 69 ganz okay. Und vor allem ist die, sind die Spielzeit in der MLS so beschissen, dass wir da auch viel brauchen. So, Freunde. Wir spielen zu Hause gegen San Jose. Die Earthquakes, äh, Earthquakes, haben das 1 zu, erstes Spiel. 3 zu 0 gewonnen gegen Dallas. Spielen 4, 4, 2. Aber wir spielen zu Hause und dann müssen wir normalerweise gewinnen. In Boston. Weiß nicht, ob New England Revolution auch in Boston spielt, aber die Patriots kommen auf jeden Fall aus Boston. Sambinja kriegt gelb. Der steht heute in der Start. Er hat ein bisschen rotiert. Wondolowski mit 1 zu 0. Scheiße. Bunbury auch noch angeschlagen. Also das hätte definitiv besser laufen können. Momentan aber ein bisschen die Seuche. Wollen wir das Ding jetzt hier irgendwie drehen müssen. Komm, Jungs. Hallo, irgendwer. Ja, vielleicht Gamble kommt rein. Warum kommt denn Gamble rein? Oh Gott, ein Yassi mit dem 2-0. Ja, scheiße. Okay, die Yassi-Niederlage. Die wir einstecken müssen als Coach. Und er wird vier Monate ausfallen. Du willst mich doch verarschen. Gott sei Dank läuft das hier richtig. Gut, wir holen erstmal einen Scout, damit wir zumindest mal ein bisschen Nachwuchs bekommen. Beziehungsweise vielleicht irgendwie ein bisschen Glück haben. So, das können wir hier nochmal. Haben wir hier nochmal einen guten dabei? Ja, nee, lieber nicht. Der bleibt bei seinen 20.000. Komm, dann geben wir ihm die. Wichtiger ist Jeffren momentan. So, Daniels akzeptiert. Das war zu erwarten. Sehr schön. Haben wir einen neuen Innenverteidiger dabei. So, Gegenangebot erhalten. Jeffren, der will seine 20.000 haben. Dann soll er sie bekommen. Wichtiger Stammspieler, der Kollege. Der guckt schon so ein bisschen wie ich. Das liegt bei mir übrigens daran, dass, ich weiß nicht, Müdigkeit. Meine Augen wollen nicht mehr so ganz offen bleiben. Beziehungsweise ich muss sie zusammenkneifen, weil das cool aussieht. Das ist ganz wichtig. So, meine Freunde, zu Gast beim New York City Football Club in New York. Ist logisch. Die haben bisher zweimal gewonnen gegen Sporting KC, das Zweitlieblingsteam von mir in den USA. Und gegen noch irgendjemand, weil ich es gerade nicht mehr richtig gesehen habe. Aber Pirlo ist es nur auf der Bank. Aber Villa spielt und Poku auch. Und Diskerud und Balucci macht das 1-0. Es läuft noch gar nicht. Irahola, das ist natürlich ein extrem starkes Team, kann man nichts gegen sagen. Pirlo kommt jetzt auch noch rein für Balucci. Das ist nicht so schön. Bei uns wird auch gewechselt. Gamble kommt, Smith kommt. Es geht besser. Und wir kriegen den Ball offenbar nicht ins Tor. Und versuchen es anscheinend auch gar nicht. Verlieren schon wieder. Das ist alles andere als gut. Das ist wirklich alles andere als gut. Wir trainieren mal wieder. Ich muss natürlich auch dazu sagen, bisher, die Seuche klebt uns am Fuß. Wir haben bisher sehr, sehr viel Pech, was das angeht. Pharrell steigt auf 72. Aber da muss was passieren. Da muss was passieren. Ich weiß nur noch nicht, wie. Und dann spielen wir gleich als Letztes in dieser Episode gegen Montreal. Mal sehen, wie wir uns da machen können. Noch sind wir neunter. Aber wir haben auch noch, naja. Die Spiele sind unregelmäßig in der Liga. So, zwei Neuzugänge haben wir. Mit Jeffren auf der rechten Seite und mit auf der 6. Ballon. Ja, komm. Pass an. Die 98. Euro sollen es nicht sein, die dann fehlen. Sehr, sehr teure Neuzugänge. Muss man natürlich auch dazu sagen. Aber sie können uns auf jeden Fall weiterhelfen. Auch wenn es freie Spieler waren. Und zwar haben wir auf der rechten Seite jetzt schon mal einen Ersatz für den Kollegen Agudelo. Der erstmal rauskommt mit seiner unglaublich katastrophalen Form. Und auf der 6. haben wir mit Ballon auch direkt mal einen Ersatz für Caldwell. Der auch nicht so stark aussieht. Goncalves geht auch mal raus mit seiner Form. Und dann bringen wir mal noch Woodbury für Tierney rein. Beziehungsweise Daniels. Kannst du irgendwie Außenverteidiger spielen, Kollege? Sechster kann er. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, Pharrell kann Rechtsverteidiger. Dann können wir ihn für Daniels rausnehmen. Ja, ist in Ordnung. Nicht perfekt, aber geht so. Mal schauen. Vielleicht können wir jetzt gegen Montreal im letzten Spiel, wie gesagt, dieser Episode gegen die Impacts nochmal einen Punkt holen. Wenn nicht, dann sieht es schlecht aus bisher in der Saison. Also wirklich ganz, ganz schlecht. Ähm, da muss noch was passieren. Teddy Bissop. Also zu Hause sollte man auf jeden Fall einen Sieg gegen die. Einfach ein bisschen unentschieden. Und Sieg gegen Orlando City. Mal sehen, wie wir uns da schlagen können. 1-0 durch Davies. Aber noch nicht zu früh vorhin. Das kann nämlich richtig nach hinten losgehen. Die haben nämlich im Jogba, Piatti und Romero eine richtig starke Offensive. Donnadell ist auch nicht so. Kakishima ist defensiv eigentlich auch richtig stark. Donnadell kriegt schon mal gelb. Aber noch bin ich sehr unsicher. Ich glaube nämlich, da kommt noch was. Jetzt kommt nämlich wieder das Wechselspiel. Piatti kriegt gelb. Und warum nimmt man, warum nimmt man Gwyn raus? Das ist unser deutlich besserer Spieler mit 75. Jetzt verletzt sie unser Keeper und Piatti macht das 1-1. Oh, das ist doch beschissen. Das läuft noch nicht, Freunde. Das läuft noch nicht. Spieler verletzt zwei Tage, fällt da aus. Wahrscheinlich hat er sich einen kleinen Zeh verstaucht. Und deswegen kriegen wir jetzt noch ein Gegentor. Peru möchte uns als Nationaltrainer, aber das wollen wir erstmal nicht. Trainieren nochmal unsere Mannschaft. Und dann war es das für diese Episode. War eine sehr mickrige Ausbeute, was Punkte, Tore und so weiter angeht. Ich hoffe trotzdem, euch konnte es unterhalten und euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode hoffentlich mit besseren Ergebnissen wieder. Muss auf jeden Fall, weil ansonsten sieht es ganz, ganz schlecht aus mit meinem Ziel, dass ich hier diese Liga gewinne. In den Playoffs müssen wir auf jeden Fall kommen. Natürlich noch ein paar Spiele vor uns. Aber gut aussehen tut das trotzdem noch nicht. Naja. Mal schauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Die Trainingsergebnisse geben Mut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.